Vermögens kann man anfangen. Alles klar. Oh, Gesundheit? Schön. Hallo. Bexie Talking. Bexie Talking. Leute, herzlich willkommen zu Bexie Talking Folge 20. Wunderschön. Ein kleines Jubiläum. Mittlerweile ist jede Folge gefühlt ein Jubiläum, oder? Ja, gut, aber jetzt, ne, wir hatten ja immer die blöden Witzen, dass unsere Folgen jetzt irgendwas machen können, was wir vorher nicht durften, aber 20 ist ja an sich nicht, das ist halt... Ja, aber das haben wir auch erst mit 16 angefangen, ne, also... Ja, ja, vorher ist ja auch, unter 12 kannst du halt andere Filme gucken, aber... Wir hätten mit 6 eingeschult werden können. Ja, stimmt. Also das wäre auch schon groß gewesen, finde ich. Ja, also jetzt ist gerade entweder der Podcast irgendwie eine Ausbildung oder hat ein Studium angefangen. Ach, ich glaube, der ist noch sehr, sehr unsicher. Meinst du? Ich glaube, der gammelt erst noch ein Jahr zu Hause. Ah, ja, okay. Oder macht irgendwie so ein, so ein, ach, ich muss mich erst mal finden und muss jetzt mal ein Jahr ins Ausland oder so. Ach ja, so ein Work and Travel macht der Podcast jetzt. Ja, genau. Oder so ein Au-pair. Auf so einer Straußenfarm. Ach, doch, da sehe ich unseren Podcast. Ja, okay. Ja, doch schon. Nicht ganz faul. Er macht schon was. Er gammelt nicht den ganzen Tag zu Hause rum. Ja, aber eigentlich ist auch nur der Aspekt halt wirklich ins Ausland gehen. Also das, dass man da arbeiten muss, hat der Podcast vorher auch nicht so richtig bedacht. Und jetzt sitzt er da und wird auch so ein bisschen ausgebeutet leider. Mhm, mhm. Aber weiß er halt auch noch nicht so wirklich, er ist halt noch charakterlich noch nicht so gefestigt, dass er halt so weiß, wie er halt so darauf reagieren soll und erst mal macht. Ja, hat auch im Ausland die Unschuld verloren. Ja. Obwohl er es gar nicht wollte. Nee. Er bereut das Ganze auch sehr, weil hat sich das erste Mal eigentlich auch immer ganz anders vorgestellt. Und jetzt ist es halt so passiert und naja, gut. Ja, mein Gott. Man kann die Zeit halt auch nicht zurückdrehen, ne? Nein, aber im Endeffekt, der Podcast wird merken, dass das erste Mal, muss nicht unbedingt das Magischste sein. Das stimmt, das stimmt. Hauptsache das letzte Mal ist gut. Weiß ich nicht. Und Folgentitel. Hauptsache das letzte Mal ist gut. Oh, der ist auch so ein bisschen Beatty, den mag ich. Ja, stimmt. Gut, und dann brauche ich noch anstößige Emojis dafür. Ich will jetzt immer Emojis in die Titel machen. Oh ja, auf jeden Fall brauche ich eine Aubergine und dieses Wasser. Oh Gott, oh. Okay, ja, ja doch. Vielleicht aber auch so einen alten Mann-Emoji mit der Aubergine, weiß ich nicht. Oh ja, okay, ja, das ist ja. Aber das drückt ja jetzt direkt aus, was der Titel halt sagen soll, ne? Stimmt. Wobei, vielleicht denkt man auch zuerst nicht dran und dann hört man es und denkt sich dann, ach so, okay. Und dann ist man aber auch schon drei Minuten drin und denkt sich, ach komm, jetzt kann ich die Scheiße auch zu Ende hören. Ich glaube, es sind alle unsere Podcasts, oder? Ja, ja, wahrscheinlich schon. Ja, dann, hey. Na? Wie geht's dir? Ach, deine süße Mache. Ist du wieder nüchtern? Nö, ich? Ist der Kater wieder weg? Ich war nicht betrunken. Was? Du warst betrunken. Ich war überhaupt nicht betrunken. Also Gott, so voll habe ich dich lange nicht erlebt. Das ist nicht wahr. Ja, wollen wir direkt reinsteigen in Silvester? Ja. Es war gut. War sehr gut. War sehr, sehr wild. Aber war eine, fand ich eine sehr angenehme Stimmung. Muss ich auch sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde ja immer, wenn man quasi zu anderen auf eine Silvesterfeier geht, kannst ja auch immer, du hast ja nie Einfluss drauf, wer so da ist und ob das alles so passt. Aber ich muss auch sagen, es war wirklich, wirklich angenehm so. Auf jeden Fall. Aber ich finde auch, wenn du halt zu anderen gehst, hast du halt auch die ganze Zeit halt nicht diesen Druck, den anderen irgendwie alles recht zu machen. Weißt du, du kannst dich so ein bisschen ... Scheiße benehmen, meinst du, oder wie? Ja, 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 haben wir ja gemacht. Ja, vielleicht ein bisschen schon, ja. Nein, Quatsch. Nein, ich glaube, wir waren sehr anständig. Großteils. Mir wäre zumindest nichts bewusst. Mir hat niemand irgendwie die Freundschaft gekündigt. Ist okay, erst mal. Noch nicht, aber ich hatte bis jetzt auch fast mit niemandem Kontakt. Nee. Moment. Vielleicht wurde uns doch die Freundschaft gekündigt. Wir wissen es noch nicht. Möglich wäre auch das. Ja, falls wir irgendjemanden anschreiben und dann so, ja, du weißt schon, was Silvester passiert ist und so. Gott, woher? Jetzt wüsste ich es halt wirklich nicht. Ich muss sagen, also es gibt ja ein paar Sachen, die so passiert sind. Ich würde so gern von hinten anfangen. Es macht aber wenig Sinn. Also du meinst so vom ... Ja, Geschichten fängt man ja meistens von vorne an, aber ich würde so gern über Sachen vom Schluss sprechen erst. Okay. Ja, weiß ich nicht. Fang doch mal an. Was meinst du genau? Sag doch mal. In erster Linie würde ich gern noch mal mit dir drüber sprechen, ob es okay ist, wenn man seinem Hund Eierlikör gibt oder nicht. Okay, vielleicht war ich doch ein bisschen betrunken. Ich habe es bis jetzt nicht nachgeforscht und ich habe auch echt gar keinen Plan, aber ich habe dann halt von Barlow habe ich das gehört, von Onkel Barlow. Ja. Dass der halt im Stream erzählt hat, dass er seinem Hund, also wenn ich das richtig verstanden habe, seinem Hund ein bisschen Eierlikör an Silvester gibt. Also ne, weißt schon, nicht irgendwie jetzt eine halbe Flasche mit Trichter rein so, sondern wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie ein Schott, Lars, ne? Ich denke mal einfach irgendwie so ein bisschen was ablecken lässt oder so. Ja, einfach so zur Beruhigung, dass der Hund halt nicht so aufgeregt ist für Silvester. Ach so, okay. Aber jetzt nochmal ganz kurz. Haben wir echt an Silvester darüber gequatscht? Als wir bei mir zu Hause schon wieder waren, ja. Okay, du räumst ja wirklich von ganz hinten auf. Alter. Ja. Aber daran kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern, dass wir darüber diskutiert haben, aber haben wir darüber Hunde direkt oder Tiere? Also, ich weiß gar nicht, es ist ja immer so ein bisschen willkürlich, wenn man in so einem Modus ist, wie man gerade auf seine Themen kommt, ne? Ja. Keine Ahnung, wie wir drauf kamen. Aber ich habe das zu dir gesagt und du meintest, was, auf gar keinen Fall, kann man doch nicht machen. So, du kannst doch deinem Hund kein Alkohol geben. Und ich dachte so, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, das könnte ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Du sollst auch deinen Menschen eigentlich kein Alkohol geben. Ja, das ist richtig, ja. Na gut, es kommt halt immer auf die Größe vom Tier auch drauf an. Ja, und die Menge natürlich, ne? Ja, ja, natürlich, klar. Also, wie gesagt, du kannst halt nicht reinballern ohne Ende. Also, ich finde es halt irgendwie trotzdem ein bisschen unverantwortlich, dem halt Alkohol zu geben, weil du weißt halt nicht, wie ein Tier so wirklich drauf reagiert. Aber wenn er das jedes Jahr macht, dann weiß er es ja. Ja, er ist ja irgendwann abhängig. Kommt Pablo nach Hause, sitzt Poppy auf der Kursche mit so einer Flasche Eierlikör. Wo warst du? Würfel im Schlappen. Warst du wieder bei der Hure? Du machst gar nichts mehr mit mir. Wir waren vor einer Stunde draußen. Was soll das? Ich weiß auch nicht. Ich könnte es mir schon vorstellen. Die Sache ist halt, vielleicht muss man in solchen Situationen auch abwiegen, was schlimmer ist. Weißt du? Wie denn abwiegen, was schlimmer ist? Dem kommt jetzt kein Alkohol? Achso, du meinst es, den Alkohol geben, um den zu beruhigen. Ja, genau das meinst du. Okay, also nicht einfach so, ich will mein Tier mal besoffen sehen. Ich meine nicht, ob es gut oder schlecht ist, ob Alkohol oder nicht, sondern einfach nur so das ganze Geböller und Geknalle und der Hund hat super viel Angst. Gegen der Hund ist so ein bisschen benebelt vielleicht. Also schon mit einem guten Hintergedanken. Ja, okay. Ja. Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also mein besoffenes Ich hat ja anscheinend gesagt, nein. Ja. Ja, muss ich auch hinterstehen. Weil Kinder und Besoffene sagen immer die Wahrheit. True. Leider true, ja. Also nein. Aber es ist dann glaube ich auch, ich weiß nicht, ob das ein Urban Myth ist, aber ich glaube bei Hühnern war das so, dass sie Alkohol nicht abbauen können und halt so lange besoffen sind, bis sie dann halt sterben. Es kann aber auch sein, dass es ein Urban Myth ist. Ich habe auch schon mal gehört, dass Katzen kein THC abbauen können. Deswegen sind die immer so gechillt. Ich habe gar keine Ahnung. Also das sind so Sachen, wie du schon sagst, es könnte auch ein Urban Myth sein. Ja, das hast du wahrscheinlich irgendwo mal gehört. Genau. Das schnappst du irgendwo auf und weißt nicht, ob es war es oder nicht. Ja. Und so eine Scheiße bleibt dann hängen. Ja. Den ganzen Tag am Lernen und dann am nächsten Tag so, oh fuck, was habe ich da gelernt? Aber so ein Blödsinn bleibt dann wieder hängen. Das ist komisch, ne? Wie das Hören so funktioniert. Komplett unsinnig, leider. Ja. Wirklich. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, nee, mach mal lieber nicht. Obwohl, warte mal, also jetzt nicht Richtung Alkohol, sondern, habe ich denn das gehört? War es auch in einem anderen Podcast? Es hat Leute gibt, die halt wirklich ihre Tiere dann irgendwelche Beruhigungsmittel geben, irgendwelche Medikamente. Ich glaube, da gibt es spezielle Medikamente dafür. Bestimmt. Klar, gibt es aber Menschen auch. Ja. Aber vielleicht gibt es da irgendwelche Special-Dinger direkt auf irgendwie Tiere abgestimmt. Und, dass du dir noch an Silvester hier schön in die Wurst noch eine Pille reindrücken und dann, äh, jetzt pennst du erst mal zum Morgen. Toll. Toll. Hat die ganze Silvester verschlafen, ey. Frohes Neues. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe das nur gehört und mich hat mal die Meinung interessiert. Ja, kennst du ja schon. Ja. Aber du wusstest ja nicht mal mehr, dass wir darüber gesprochen haben, deswegen. Nee, nee, das wusste ich echt nicht mehr. Ja, also an, ich weiß noch, dass wir bei dir waren. Also, zu Hintergrund, Info, Manu und ich haben mal Jan und Sonja dann gepennt an Silvester. Hab ich auch da noch ein bisschen was zu erzählen, Jan. Und, genau. Also, ich kann mich noch daran erinnern, wie wir von dem Veranstaltungsort, mit dem Taxi zu euch sind. Ab da weiß ich nur noch so schemenhaft. Ich weiß noch, wir waren auch eine Rauchen auf dem Balkon. Ja. Ja, Punkt. Okay, was ist wegen Schlafen, was? Ja, eure Matratze. Die hat auch ein bisschen nachgegeben, habe ich am nächsten Tag gesehen. Ja, ich meine, ich habe ja schon mal bei dir gepennt auf der Matratze, da habe ich am nächsten Morgen, lag ich dann auch auf dem Boden. Okay. Und diesmal war es halt, diesmal war es okay, weil wir zu zweit auf dieser Matratze lagen. Und dadurch halt irgendwie sich das besser verteilt hat. Aber wir lagen halt irgendwann zusammen in so einer Kuhle. Wir waren sehr dicht. Ja, das ist aber auch romantisch irgendwie, finde ich. Es hat die Beziehung auf jeden Fall noch mal ein bisschen aufgefrischt. Ja. So nah waren wir uns lang nicht. Ja, aber Marco, das Problem an meiner Matratze zu suchen, ist natürlich jetzt auch, weiß ich nicht. Wo soll ich es denn sonst suchen? Na ja, ich sag mal so. Willst du damit sagen, ich bin fett? Hm? Das hast du jetzt gesagt, würde ich sagen. Nee, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie viel Kilo da überhaupt drauf dürfen. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es da auch maximal Dinge. Also das ist eine Luftmatratze, ne? Also keine Ahnung. Ja, aber nee, ich denke mal, die muss irgendwo Luft verlieren. Weil wie gesagt, als ich alleine draufgepennt habe, bin ich ja auch am nächsten Morgen auf den Boden gelegen. Ja, das ist schon irgendwie weird. Ich möchte aber auch nicht ausschließen, dass ich da irgendwas falsch mache mit dem Ding. Ich weiß gar nicht, ob ich das Messer vorher reinstecken sollte. War das Messer vorher oder hinterher rein? Nein, ich weiß es auch nicht mehr. Ich muss meine Anleitung nochmal gucken. Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nein, aber trotzdem. Also ich habe sehr gut geschlafen. Ja, das glaube ich. Ja. Ich muss wieder zugeben, Elotrans hat mir auch echt den nächsten Tag so ein bisschen gerettet, ne? Ja. Also ohne das. Ja, es ist halt wirklich ein Wundermittel. Ist schon richtig gut. Das kann man wirklich nur empfehlen. Meine Güte. Gibt es aber auch gute No-Name-Produkte. Also Elotrans ist ja so das bekannteste eigentlich und daher glaube ich auch relativ teuer. Und dann gibt es auch welche, die sind, ich glaube, von der Wirkung sehr ähnlich und um einiges günstiger. Ja, aber ich finde Elotrans könnte uns halt auch schon ein bisschen sponsern. Ne, Elotrans ist doch die Besten. Ja, also mit Abstand. Schmeckt doch am besten von allen, die ich ausprobiert habe. Also es ist schon Wahnsinn. Riecht wie kalter, nee, riecht wie Krümeltee, finde ich. Und schmeckt wie kalte Suppe. Und das ist erstmal nichts Schlechtes. Nö, nö. Weiß ich nicht. Okay, ja gut. Also wir haben auf jeden Fall das bei euch abgehakt. Willst du wirklich weiter von hinten noch? Oder den ganzen Abend so von hinten? Nee, du kannst auch gerne von vorne anfangen. Äh, von vorne? Also wirklich viel ist ja am Anfang nicht passiert. Nee, wir waren zu faul zum Laufen. Wir haben das Taxi hingenommen. Ja, wir waren zu faul zum Laufen. Dann waren wir da. Ja. Haben gegessen und getrunken. Ja, und Alter, deine veganen Pizzen, ne? Richtig geil. Richtig, richtig geil. Dankeschön. Das ist wirklich, hätte ich nicht erwartet. Der Dicke sieht nicht aus, als könnte er Pizza machen. Der ist nicht mal Italiener. Nein, die waren schon echt arschlecker. Dankeschön. Ja, muss ich auch sagen, also mir haben sie auch sehr gut geschmeckt. Und seitdem bin ich auch so ein bisschen, so ein bisschen, dass ich Tomaten zu schätzen weiß. Den mag ich ja eigentlich gar nicht, ne? Aber seitdem so, so gerade so auf Pizza, ey, das kommt schon geil. Da kommt so ein bisschen Tomate, kommt da schon ganz gefährlich. Das stimmt, aber es darf halt auch echt nicht zu viel sein. Nee. Also es muss schon Nuancen. Genau, aber ich finde, Tomaten auf frischer Pizza. Ja, aber ich finde, Tomaten auch auf frischer Pizza oder gerade aus dem Ofen oder so, die sind halt echt kochende Lava. Oftmals schon, ja. Gibt ja auch so diese Kirschtomaten. Wenn du die irgendwo drauf und da immer aus Versehen reinbeißt, dann war es das mit Geschmacksnerven für die nächsten drei Wochen. Ja, ja. Ich meine, Tomatensauce an sich ist auch schon allgemein sehr gefährlich, finde ich. Ja. Oder ich weiß noch, ich weiß noch, früher immer bei diesen Pizzabaguettes, da hast du auch immer das Problem. Du hast dir immer so mega den Gaumen verbrannt an den Dingern. Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob die ganze Wissenschaft einfach weitergegangen ist, aber mittlerweile habe ich das nicht mehr bei diesen Pizzabaguettes. Lange keine Pizzabaguettes mehr gegessen, deswegen kann ich das gerade nicht beurteilen. Ich glaube, die Wissenschaft ist dann nochmal richtig reingesprungen und hat nochmal gesagt, so geht es nicht weiter. Und hat sich dann nochmal irgendwas ausgedacht. Finde ich aber gut, mal die wichtigen Themen angehen. Ja, ja, also finde ich auch. Ich meine, das ist ja auch schneller gelöst als so manch schlimmes Problem. Da kann man erstmal die kleinen Dinger machen, die auch wichtig sind. Genau, und darauf kann man dann aufbauen. Genau. Ich denke, aus dem kann man noch mehr rausholen. Das ist ja auch nur ein Zwischenschritt, wie Elektroautos. Ja, ich denke mal, ja, zum Beispiel. Aber ich denke mal halt auch, ich meine, Wissenschaftler essen auch Pizzabaguettes. Und jetzt bist du an so einem wichtigen Thema dran, sagen wir zum Beispiel jetzt Klima und schreibst keine Ahnung an irgendwas und dann beißt du in so ein Pizzabaguette, verbrühst dir mega das Maul. Ja. Ja, ist der Tag auch gelaufen. Ja, das ist richtig. Der kann dann auch nicht mehr arbeiten. Nee, nee. Deswegen muss man erstmal da angreifen und dann sich langsam nach vorne arbeiten. Ja. So wie wir Silvester. Genau. Was? Ja, genau. Nein, okay, also, ja, wir haben lecker genascht, lecker getrunken. Ja, was haben wir dann? Eigentlich war bis zwölf Uhr nichts, außer Quatschen so. Ja, ja, nee, und dann haben wir uns halt gegenseitig abgeschossen mit römischen Lichtern. Ja. Und da ist dir, glaube ich, ein kleines Malheur passiert worden. Oder so. Ja, irgendwie, also, wir beide haben ja eigentlich immer so den perfekten Abstand zueinander. Ja. So, dass uns, das ist nur Show. Das ist halt, das ist halt, um was zu zeigen, so von wegen, so, ey, guckt hier, guckt da. Alle denken, oh Gott, super gefährlich. Und in Wirklichkeit haben wir halt den Abstand, dass die Dinge eigentlich gar nicht treffen können. Ja. Ich glaube, es interessiert zwar keinen Schwein, was wir da tun, aber ja. Vielleicht auch das nicht, okay. Ähm, aber es hat nicht unbedingt jeder so raus, wie viel Abstand man so halten sollte. Ja. Und da habe ich halt, ich glaube, so ungefähr aus zwei Metern Abstand, lass es drei gewesen sein. Na, es war schon ein bisschen mehr. Ja, aber so ein Ding schießt fünf oder so, ich weiß es nicht genau. Ist, nein. Jetzt kommen wir schon wieder mit Entfernungen. Das hat doch schon letztes Mal nicht funktioniert, Marco. Du weißt nicht, wie weit die Pöller auseinander sind auf der Autobahn. Autobahn, Landstraße? Sind auf der Autobahn? Sind so Dinge auf, nee. Doch, auf der Autobahn gibt es die auch, ja. Egal. Ich glaube, da sind es, ich glaube, da sind es hundert Meter. Vielleicht. Ja, aber die Dinger, die schießen schon zehn Meter, würde ich schon sagen. Ja, okay, okay. Okay, lass es zehn Meter gewesen sein, dann war die andere Person vier Meter von mir entfernt. Und ich hatte einen Plastik-Haarreif auf. Mhm. Und habe halt... Der dir unglaublich gut stand. Das muss ich auch sagen, war auch super zu tragen. Und ich habe halt diese Leuchtkugel aus dem römischen Licht, habe ich halt direkt oben auf den Kopf gekriegt. Und die, die, ich schätze mal, sie hing dann auch quasi an dem Haarreif. Ja. Und hat sich halt dort kurzzeitig in meine Haare gebrannt. Mhm. Also ich habe, ich habe jetzt wirklich eine kleine Stelle, die so ungefähr, ich würde sagen, so ein, so ein, so die Größe von einem Euro-Stück hat. Alter. Wo Haare fehlen. Wow. Okay. Das ist gar nicht mal so wenig. Nee, das ist schon, ist schon ordentlich. Also es ist, ist blöd gelaufen, leider. Ja, don't drink and römische Lichter. Nee, wirklich nicht, ey. Also mit, mit Feuerwerk besoffen rumspielen ist halt, ist halt einfach eine dumme Idee. Also es ist, okay, mit römischen Lichtern, es hätte alles deutlich schlimmer sein können, ne? Stell dir mal vor, wir würden mit, mit anderen Sachen rumspielen. Das wäre schlimmer auf jeden Fall. Wenn wir mit Raketen oder so abschießen würden. Wäre gefährlich, ja. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, siehe Berlin. Oder andere Großstädte. Okay, die haben aber nicht besoffen rumgespielt. Also deren Intention war ja schon, glaube ich. Ich glaube, mutwillige Zerstörung, ja. Ja, bei uns war, bei uns war wirklich Zufall. Ja, schon. Aber es ist, ja, es ist, es ist blöd, aber es ist so, wie es ist. Mhm. Jetzt bin ich halt gespannt, wie es nachwächst. Da echt mal gucken. Ja, wir können ja jetzt ja alle zwei Wochen mal ein Update. Ja, das Gute ist, hier sitzt ja auch mein Kopfhörer drüber. Ach du Scheiß! Nee, hier ist es. Da liegen auch die Haare drüber, da kann gar nichts passieren. Das, das wächst wieder raus. Bis ich heirate, ist das weg. Wann ist es denn so weit? Es ist, ich sag dir Bescheid, wenn die Haare wieder da sind. Okay. Okay, nee, ja gut. Also wir haben uns halt mit den römischen Lichternbüll abgeschossen. Ja, sonst haben wir echt nicht so viel gemacht. Wir sind noch ein bisschen gelaufen, aber haben wir viel Pfeffi getrunken. Oh, stimmt. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ja. Witzigerweise hast du den ganzen Abend Englisch geredet. Ja, das stimmt. Das war irgendwie auch sehr spannend. Ja, habe ich auch nicht mit gerechnet, dass es wirklich so kommen wird. Aber wir haben halt von einem unserer Kumpels, der auch bei uns in der Band Bass spielt, mit dem seine Freundin, Gott, wo kommt sie her? Sie hat es uns erzählt, ich habe es vergessen. War es Rumänien? Rumänien? Oder Portugal. Portugal. Oder Portugal. Portugal war es. Ja, ja, stimmt. Das war ja irgendwas mit Spanien so. Ja, ja. Ja. Und sie kann halt kein Deutsch. Sie spricht halt maximal Englisch. Ja. Und dann haben wir uns halt die ganze Zeit mit ihr unterhalten auf Englisch. Ja. Das war lustig. Irgendwann haben wir uns sowieso auch selber teilweise Englisch unterhalten. Ja, ich habe dann auch immer, also ich finde das immer so ein bisschen doof, aber ich finde es noch schlimmer, wenn da eine Person dabei steht und checkt nicht, um was es gerade geht. Ja, ja, das stimmt. Ich finde das ist so ausschließend, da habe ich echt keinen Bock drauf. Ja. Da quäle ich mich lieber durch und dafür versteht es ja, was abgeht. Es ging ja auch. Es ging überraschend gut. Wir sind ja besoffene Native Speaker. Auf jeden Fall. Das war aber auch sehr schön. Die habe ich ja auch erst kennengelernt. Sehr nette Person, war sehr cool. Ja. Ja, und dann, was haben wir denn sonst? Dann sind wir halt wieder zurück, haben weiter getrunken und haben weiter leckere Pizzaschnecken gegessen, kleine Mini-Pizzen. Ja, und dann wollten wir zurück und ich, wo ich beharre immer noch darauf, dass es eine gute Idee gewesen wäre. Nee, nee. Wollte leicht angeheitert halt eine verlassene Fabrik. Nee, Fabrik ist das nicht. Doch. Das ist eine Fabrik. Das ist eine Fabrik. Okay. Wollte ich halt da rein. Ja, und mein Gott, was hätte denn großartig passieren können? Also ich weiß, dass alles außerhalb vom Erdgeschoss einsturzgefährdet ist. Ja, gefährdet. Nee, das heißt ja nicht, dass es direkt einstürzt. Ja, aber ich glaube so, gerade wenn man so ein bisschen sich überschätzt, kann das schon schnell ins Auge gehen. Ja, aber ich hätte jetzt, weiß ich nicht, Überschätzung wäre da jetzt, glaube ich, gar nicht vorhanden gewesen. Ich wüsste jetzt nicht, wodurch. Nee, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, mir fällt auch eigentlich nichts ein, so. Ich denke mal, wir wären sehr vorsichtig gewesen. Ja, ja, ja. Sicher. Ja. Ganz klar, mit der einen Taschen... Nanni, wir hatten ja noch deine Powerbank. Wir hätten ja Taschenlampen gehabt, also... On-Mass hätten wir, wir hätten uns zuschmeißen können mit Taschenlampen. Quasi tageslicht drinnen. Wir hätten das ganze Gebäude ausrichten können. Ja. Gar nichts passieren können eigentlich. Nein. Deswegen. Schade, schade. Nächstes Silvester dann. Ja, denke ich auch. Nächstes Silvester ziehen wir durch. Nehmen wir uns das Fest vor. Ja. Naja, aber sonst war eigentlich Silvester eigentlich einfach nur sehr angenehm. War sehr entspannt. Kann man nichts Negatives drüber sagen. Kann man weiter empfehlen. Ja. Zehn von zehn Silvester gehabt. Ein großes Problem ist natürlich auch, dass wir uns... Also wir hatten ja den Podcast. Dann hätten wir eigentlich noch etwas gehabt, über das wir hätten sprechen können. Haben uns ja dann aber Silvester gesehen und haben dann Silvester natürlich auch drüber gesprochen. Ach so, ja, du meinst Flickflack, ne? Ja, wir waren ja beide im Zirkus. Ja, stimmt. Ja, aber man kann ja trotzdem nochmal ein bisschen drüber quatschen. Für die Leute, die Flickflack nicht kennen, das ist halt ein Zirkus, aber ausschließlich mit Artisten. Weißt ja, glaube ich irgendwie, wie heißt das? Hat das nicht irgendwie so einen Untertitel? Das Blabla-Spektakel der Artisten oder so? Möglich. Ja, es sind halt mehrere Gruppen, die halt immer eine spezielle Sache halt aufführen, ne? Oder halt zum Beispiel zwei Leute sind halt in so großen Ringen drin und machen damit halt so crazy shit oder halt auch manchmal sind ja alleine und machen Sachen wie so mit diesen Diabos. Weiß nicht, Diabos? Warte mal, muss ich mal gucken. Zumindest das mit diesen Stöcker mit der Schnur, wo sich dieses Ding draufdreht. Ja. Und das so anspinnen kann mit der Schnur und so. Jonglier-Spiel. Diabolo, doch. Doch, Diablo. Ne, Diabolo. Wahrscheinlich wird es auch so betont. Diabolo. Ah, ja. Ja, ja, ja. Diabolo. Ja, okay. Ja. Ein Diabolo damit. Ja, 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 ja. Das Ding fand ich, das ist schon cool. Ich finde, das kennt jeder so ein bisschen aus der Kindheit. Ja, ja. Aber, ja, was konnte man damit? Man konnte so ein bisschen drehen vielleicht und so hoch machen. Ja, so wirklich viel konnte man nicht. Und das wieder fangen. Aber so viel konnte der Typ, der ja bei Flickfack war, auch. Naja, der konnte schon viel, aber es hat manchmal nicht so auf Anhieb geklappt, leider. Das, ja. Bei uns beiden. Wir waren ja an verschiedenen Tagen da. Wir waren ja direkt am zweiten Weihnachtstag. Das war ja das Geschenk von meiner Mutter. Und ihr wart, glaube ich ... Ich glaube, den 29. oder 30. Ein paar Tage später, ne? Ja. Nee, aber so ... Es ist wirklich eine richtig, richtig geile Show. Also, die touren ja auch so ein bisschen zumindestens. Also, wenn das irgendwie bei euch in der Nähe ist, überlegt es euch zumindest mal. Es ist echt ein geiles Ding. Also, hätte ich persönlich gar nicht gedacht. Also, die Sachen, die die da machen, sind schon wirklich krass. Also, das ist pure Körperbeherrschung. Was Menschen überhaupt in der Lage sind, solche Sachen zu machen, finde ich beeindruckend, ey. Es gab zwei Aufführungen, wo ich wirklich klitschnasse Hände hatte, weil das ... Ein Fehler und es wäre halt was passiert. Was ja dann sogar passiert ist, weil bei uns waren ja unsere, die bei uns als erstes aufgetreten sind, die waren bei euch ja gar nicht mehr da, weil sich einer verletzt hat. Ja. Und das war halt so ... Ich weiß nicht, wie man dieses Ding beschreiben soll, ne? Das ist immer so eine Wippe, aber an beiden Enden waren halt so zwei Löcher. Das war halt so eine riesige Wippe, könnte man sagen. Die war halt in der Mitte befestigt und die konnte sich halt drehen um 360 Grad, das Ganze. Ja, kann ich mir vorstellen. Und an beiden Enden waren halt so zwei Löcher und darin konnte man halt laufen und halt auch auf den Löchern sozusagen konnte man auch laufen. Mhm. Das ist mega scheiße zu beschreiben. Ich hab so ein Bild im Kopf. Mach ruhig weiter. Ja, und dieses Ding hat sich permanent gedreht und halt auch nur durch Körperkraft. Und die beiden sind halt da drin gelaufen und halt auch gesprungen und haben halt auch Seilspringen auf dem Ding gemacht. Okay. Das ist ja auch so zwischendurch gedacht, Alter. Ja, und anscheinend war es dann auch irgendwann, Alter. Hat sich dann halt wohl ... Also ich meine, ich glaube nicht schlimm verletzt, aber er konnte halt dann nicht auftreten eine Zeit lang. Ja, bringt ja auch nichts. Ich meine, das sind ja meistens ... Also es sind ja immer ... Eigentlich für eine Show sind ja feste Leute. Ja. Und wenn dann einer von denen ausfällt, dann kann halt keinen anderen übernehmen, weil die haben ja gar keine Übungen da drin. Ja, ja, ja. Es waren halt immer sehr spezielle Sachen. Ja, und krass war halt auch die Sache mit den Motorrädern. Die in dem Wall. Ja. Ja. Es war halt so eine riesige Stahlkugel, so ein Stahlnetzding. Und da waren halt einfach, ich glaube, zehn Motorräder drin, ne? Ja, es waren zehn Motorräder zum Schluss. Ja. Am Anfang waren es drei. Ja, und dann kamen immer noch mehr. Ja. Es kamen immer noch mehr Motorräder von hinten. Noch einer, kommt noch einer. Und du sitzt da und denkst dir jedes Mal von wegen so, ey, das muss aber das Letzte jetzt sein. Auf einmal kommt noch einer. Und du denkst dir so, okay, jetzt wird es aber langsam echt voll da drin. Und dann kommt noch einer. Und am Schluss waren halt zehn drin, ey. Ja. Die sind halt teilweise im Kreis, aber dann sind halt andere so dazwischen. Also die sind halt nicht immer alle gleich gefahren. Ja. Alter, ey. Man muss halt echt vertrauen in erstens die Maschine und halt auch in die Leute haben, die da mitmachen. Das ist echt heftig. Ja, absolut. Vor allen Dingen, das Ding war ja auch so klein. Also die konnten nicht alle zehn einfach nur unten stehen. Dafür war es echt. Das fährt schon immer bewegen. Ja. Also ein Teil. Und auch die, also du würdest halt, dass die Motorräder stehen, nicht noch mehr reinkriegen. Weil einfach nicht genug Platz überhaupt drin wäre, nur dass das Motorrad steht überhaupt. Musst du es halt aufeinander legen. Wahrscheinlich. Ah, das war wirklich Wahnsinn. Das war wirklich krass. Aber ich glaube für mich. Der Sound. Ja. Und der Geruch. Ja, es hat halt ein bisschen benzinig gerochen. Aber das war okay. Aber ich glaube für mich, das Krasseste war trotzdem diese zwei Frauen. Mhm. Die halt so quasi, wie soll man sagen? Also die eine war eigentlich meist festgebunden, die, das klingt jetzt schon komisch irgendwie, aber die hatte halt am Fuß und am Handgelenk so ein Seil und die andere war eigentlich großteils frei hängend. Und die wurden dann hochgezogen und dann haben die, also die eine Frau hat quasi wie so eine Art Stange fungiert für die andere. Und die ist da halt immer dran rumgezwirbelt, hat sich dran, also komplett drum rumgeschlängelt. Ja. Aber teilweise hat die eine sich halt fallen lassen und das war halt wirklich hoch. Ich denke mal so. Ja. Und wir und Entfernungen. Ja. Das waren bestimmt locker 70 Meter oder so. Das war so ein Pöller auf der Autobahn. Also wir hatten auch alle so Ferngläser, um uns das anzugucken, weil das war so weit oben. Aber nur so monockelig. Och Mensch. Nee, aber ich würde mal sagen 5 Meter. Mindestens. Ich würde sogar mehr sagen. 7, 8 waren es bestimmt. 10. Ja, okay, okay. Es war irgendwas zwischen 5 und 10 Metern. Also es hätte sich auf jeden Fall was getan, wenn sie runtergefallen wären. Ja. Es wäre jetzt nicht einfach so ein... Es wäre eher so ein... Nee. Das ist ja safe. Ja. Und wie gesagt, manchmal hat die eine sich halt einfach fallen lassen und die andere hat sie dann mit ihren Oberschenkeln am Hals so mit Luft festgehalten. Alter. Junge. So wie wir es erzählen. Das klingt wirklich, als wäre das irgendwas Sexuelles gewesen. Ja. Aber es war schon krass. Die hat sich auch an dem Fuß von der anderen einfach nur festgehalten. Wo ich mir dachte, so wie viel Spannung musst du im Fuß haben, dass du das komplette Gewicht so dann hältst. Alter, das ist so krass. Das war schon echt. Die sah jetzt auch nicht so hart pumped aus. Sie waren schon einfach eine normale schlanke Figur. Nur so heftig. Wo ich natürlich auch sagen muss, also mein Platz, auf dem ich saß, war halt wirklich direkt an der Treppe. Und das war die Treppe, wo eigentlich, also gerade die beiden sind auch diese Treppen langgegangen. Also direkt neben mir ist sie langgegangen. Ja. Und also die hatten halt wirklich nur, ich sag mal so dieses, so ein verhältnismäßig typisches Outfit für sowas an. Sprich, eigentlich war es mehr wie so ein Pailletten besetzter Badeanzug. Schon. Und sie kamen halt dann neben mir runter und du siehst dann halt von der anderen Seite, dass auf der anderen Seite ja auch eine runterkommt. Ja. Und du weißt, okay, gut. Und dann siehst du, was die andere macht, dass die ja immer mal stehen bleibt und posten mal so ein bisschen. Und ich saß wirklich da, guckst du rüber so. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo. Hallo. Ich habe eine Freundin. Hattest du dich auch noch auf deinen Schoß gesetzt? Ach Gott. Ja. Dann habe ich noch Shampoos von ihren Beinen getrunken. Nein. Aber es war schon, war schon, war schon krass. War schon, war schon sehr, sehr krass. Ja, wie gesagt. Also das kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, die sind deutschlandweit, haben die, glaube ich, vier oder fünf Orte, wo die auftreten. Irgendwie sowas, ja. Ich weiß sogar gar nicht, ob die, glaube ich, doch, die wechseln halt dann immer, ne? Also die treten halt nicht gleichzeitig an zwei Orten auf. Nee, nee, nee. Ich glaube, das ist das Team, das tourt, genau. Ja, ja. Aber dann, glaube ich, auch immer an denselben Orten. Weil in Kassel sind die halt öfter. Die sind eigentlich immer über Weihnachten da, ja. Ja. Da habe ich es halt auch schon. 20 Jahren, kann ich mich niemals gerade erinnern, war ich aber schon mal da. Ja, wie gesagt, kann ich mich nicht daran erinnern, ob es jetzt so krass war. Ich denke nicht. Aber ich finde es halt so cool, weil gerade bei uns in der Gegend hört man halt ganz, ganz oft immer von denen, weil es natürlich sehr, sehr präsent ist dann auch über Weihnachten. Ja, es steht halt auch überall, ne? Überall sind auch die Plakate und so. Und da dachte ich mir halt schon so oft von wegen, ich würde das so gerne mal sehen, weil ich es einfach nicht kannte, ne? Und dann ist es immer schon interessiert. Das hat sich so gelohnt, wirklich. Auf jeden Fall. Nochmal, Leute, guckt ruhig, wo die Touren, wenn die bei euch in der Nähe sind, nehmt es mit. Ist geil. Ja. Wohnt sich komplett. Marco, jetzt haben wir auch hier noch getalkt. Ja, machen wir Schluss, oder? War schön. So, Leute, nächste Woche. Nächste Woche ist nichts. Nein, nein, nein. Wir haben noch ein paar Kategorien am Start. Ja. Ich würde gerne mit 2v2 anfangen. Machen wir. Willst du anfangen? Gerne, ja. Jetzt mal um die verfallene Top 3 vom letzten Mal aufzugreifen, die wir nicht gemacht haben. Hattest du Vorsätze, die du dieses Jahr schon gebrochen hast? Hatt ich Vorsätze? Ja, weiß ich nicht. Das ist ja meine Frage. Wir hatten doch letztes Mal drüber gesprochen, ob wir Vorsätze haben. Ja. Scheiße. Du hattest halt gesagt, dass du irgendwie effektiver arbeiten willst und vielleicht auch, ich glaube, du wolltest auch ein bisschen Sport machen oder so, hast du gesagt. Äh, ja, ja. Also bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich habe mich bisher sehr zurückgehalten mit Arbeiten. Ja. In erster Linie natürlich halt so meine privaten Arbeiten, quasi das hier und Stream und YouTube. Ja. Und mit YouTube habe ich mich sehr zurückgehalten. Also ich habe neben dem Podcast nur ein weiteres Video und zwar das zu Silvester hochgeladen. Ja, ja, stimmt. Das habe ich ja auch gesehen. Und für meinen sportlichen Aspekt, mein Schreibtisch und die neue, also der komplette Schreibtisch ist bestellt quasi. Also die Platte und auch das Gestell. Stimmt, du wolltest irgendwie, wo du dran auch stehen kannst, ne? Genau, ich wollte einen elektrischen Schreibtisch, den man halt hochfahren kann. Ja. Das kommt jetzt, wenn das da ist und soweit funktioniert, würde ich halt noch das Laufband bestellen. Und dann könnte ich halt am Schreibtisch das Laufband benutzen. Also von daher. Ja, es ist schon mal was in die Richtung getan. Ja, ja, ich habe zumindest angefangen. Selbstverständlich. Das ist, ja. Ja. Mhm. Aber, ja. Also bis jetzt gebrochen noch nichts. Mhm. Aber es braucht natürlich immer ein bisschen, bis es richtig, richtig, richtig reingeht, so, ne? Ja, 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 klar. Wie ist es bei dir, Marco? Hattest du Vorsätze? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, gut, rauchen, ne? Das habe ich gebrochen. Okay. Naja, aber sonst, was hatte ich denn noch? Ich hatte einmal, ja, okay, das mit der Bewegung, das habe ich jetzt auf jeden Fall auch. Ich mache jetzt auch wieder regelmäßig Sport. Also eigentlich fast jeden Tag, bis auch Wochenende. Mhm. Und ich habe mir halt vorgenommen, ich will mal probieren, nur noch vegan einzukaufen. Oh. Und das hat bis jetzt eigentlich auch geklappt. Also, ich bleibe halt trotzdem, also ich werde trotzdem weiter Fleisch essen, aber halt auch nur, wenn ich es irgendwo angeboten bekomme. Aber ich würde halt jetzt, ich würde jetzt erstmal probieren, keine tierischen Produkte mehr zu kaufen. Sorry, ich habe gerade den Gedanken, wie du da einfach im Supermarkt bist und die Fleischfrau einfach so, junger Mann, wolltest du vielleicht durch eine Bärchen fuhlst? Oh, ja, bitte. Och, naja. Dann nehme ich 200 Gramm mit. Also so jetzt nicht unbedingt. Zieh mir ins Maul. Nee, aber ich meine, ich esse jetzt öfter mal bei meiner Mutter oder so und da gibt's dann halt, ich meine, die essen auch schon viel vegetarisch und vegan, aber da gibt's halt auch mal eine Wurst oder so. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, nee, das hätte ich jetzt nicht. Nee, aber das würde ich dann schon noch tun. Aber wie gesagt, ich würde halt, ich meine, gerade dadurch beeinflusst man ja auch so das meiste durchs Kaufverhalten, ne? Und dadurch zeigst du ja, dass Interesse da ist. Klar, absolut. Wenn's halt schon mal gekauft ist, ist es ja scheißegal, wer's dann futtert. Aber das ist ja auch so mein Aspekt, also ich möchte mich halt nicht von vornherein irgendwie einschränken. Ja, ich versuch dann auch drauf zu verzichten, aber ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie gerade sowas wie Weihnachtsmärkte oder so, Junge, dann hab ich ja auch Bock, eine Bratwurst zu essen, dann ist das halt so. Ob ich jetzt dann zu Hause mir lieber was Vegetarisches oder Veganes mache statt eine Bratwurst, ist ja dann immer noch meine Sache so. Ja, und wie gesagt, das kann ja auch jeder machen, was er Bock hat. Natürlich. Ich find's halt auch scheiße, ich mein, gerade so in der Vegan-Community, wie oft man, also ich hab das jetzt noch nicht selber miterlebt, aber zum Beispiel jetzt im Reddit, ne, bin ich halt auch auf so einer veganen Subreddit und halt einfach nur um ein bisschen Input, ne, was für so geile Sachen es gibt und wie giftig manchmal die Community da ist, das ist halt so krass. Ja, die akzeptieren dann oft halt nicht mal, wenn da irgendwie jemand Vegetarier ist oder so. So wie die militante Veganerin. Ja, so in dem, ja gut, aber die ist ja wirklich so das Maximum am Unangenehmen. Ja, aber ich, aber ich hab mir jetzt ganz viele andere Sachen nochmal von ihr angeguckt, ne, also die ist momentan ist ja sehr, sehr präsent, so überall gefühlt. Naja. Und ich muss sagen, also ich hab die ganzen extremen Sachen nie von ihr gesehen, ich kenn jetzt nur die, die anderen Sachen, wo sie mal so auftaucht, da ist sie super sympathisch, also ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen, so dieses Show-mäßige, so sehr extrem sein, um halt aufzufallen. Ja, sie zieht halt auch oft sehr strange Vergleiche, find ich, also wenn du irgendwie Nicht-Veganismus irgendwie mit Rassismus und sowas gleichsetzt, weiß ich nicht, das tut sie halt auch. Das weiß ich nicht, hab ich noch nie gehört von ihr. Ja, es ist strange, also manche Aussagen sind sehr, sehr merkwürdig von ihr. Ich meine, so der Ansatz ist okay, ne, aber wie es halt nachher ausgetragen wird, irgendwie Leute anzukacken, nur weil sie, oh ja, wegen dir bin ich jetzt schon mal Vegetarier, also ja, wenn du nicht vegan bist, dann bist du trotzdem scheiß. Wow. Ja, also ich weiß es immer nicht, es gibt auch, glaube ich, da kein richtiges, kein richtig und kein falsch. Nee, das gibt's sowieso nicht. Ich meine, das kommt ja eben selber drauf an, wie es halt aufnimmt, ne? Ja. Wie es halt umsetzt. Ja. Oder halt auch nicht, ist ja auch egal. Ja, gut, ähm, wir sind immer noch in 2v2. Ja, aber wo wir gerade beim Thema Essen sind, Marco. Ja. Mich würde da eigentlich mal interessieren, was ist eigentlich so dein Lieblingssnack im Kino? Mein Lieblingssnack im Kino ist immer noch Popcorn. Ja, Popcorn, äh, süß, ne? Ja. Gut, gut, gut. Ja, da geh ich komplett mit. Ich find's, so Nachos sind mir immer ein bisschen zu krass, irgendwie. Ja, Nachos sind aufwendig und für den Aufwand zu wenig. Das stimmt. Find ich, also du hast halt nur dieses kleine Dingen und das halt schon irgendwie unbeschadet irgendwo hinzukriegen, ist oft schon eine Kunst, weil oft hast du dann so einen Haufen da drauf und da musst du halt mega aufpassen, wo du jetzt hinläufst. Also ich liebe Nachos, ich find die auch extrem geil, aber, ja, wie gesagt, der Aufwand, die Menge. Find ich auch nicht. Und, die sind auch viel zu laut, find ich. Also wenn jetzt beim Film Nacho ist, dann verstehst du nichts mehr. Das ist so, das ist so. Stell dir mal vor, alle würden halt Nachos im Kino essen, du würdest nichts mehr vom Film verstehen. Aber hast du dir auch schon mal so andere Sachen geholt, wie so M&M's oder so? Es gibt doch manchmal Haribo. Nee. Eis ist auch immer so ein komisches Ding. Ja, weiß ich nicht. Nee, das ist alles irgendwie, nee. Ich sitz doch nicht da, guck, guck, Herr der Ringe und hab ein Ed von Schleck in der Hand. Das ist doch irgendwie weird. Einen schönen Flutschpflingel. Ich bin da auch komplett. Man ist halt so mit Popcorn groß geworden im Kino. Das ist einfach das Geilste. Ja, und irgendwie ist so dieses, das gehört irgendwie dazu. Allein schon der Geruch und dann der Geschmack, das passt einfach alles. Ohne Popcorn ist für mich auch kein richtiger Kinobesuch irgendwie. Nö, stimmt. Egal, ob ich schon, weiß nicht, bis vorher irgendwie essen gewesen. Hast du halt das Buffet weggefressen, kannst schon fast kotzen, aber so ein kleiner Popcorn geht eigentlich immer noch. Nee, das muss schon immer das Große sein. Da muss schon immer der Eimer Popcorn und eine große Cola. Wird es bei dir leer? Oft schon. Also, wenn man vorher essen gegangen ist, dann wird es schon schwer. Aber gut, wir teilen uns auch immer so ein großes Popcorn. Ja, okay, aber ich teile halt nicht gern. Ich bin sehr essensneidisch. Ich auch, aber bei Popcorn geht's. Weil so ungefähr ab der Hälfte des Eimers merke ich so langsam so, ah, nee. Also, ich gar keinen Bock mehr auf Popcorn. Ich kann mich auf den Film konzentrieren. Ganz schlimm, Bauchy, Fauchy. Meistens ist ja sowieso die Hälfte vom Filmbeginn weg. Meistens fast alles. Man setzt sich hin, die Trailer fangen noch nicht an und du bist schon am Essen. Das ist einfach auch geil. Das bereitet einen auch so geil inhaltlich schon vor, finde ich. Ja, ist so. Nee, als safe Popcorn. Wir hatten auch bei Flickflack, haben wir auch Popcorn gegessen. Oh, ich hab mir ein Popcorn geholt. Da fand ich es scheiße. Das war auch kein gutes Popcorn. Nee, aber es war vor allen Dingen, die Menge ist halt dauerhaft am Klatschen. Wegen jeder Kleinigkeit. Oh, das ging mir auch auf den Sack. Ist schon ganz geil, was die machen, aber ich muss nicht wegen jeder Kleinigkeit klatschen. Nee, wirklich, wirklich, bei jeder. Das war so richtig Alman, ey. Bei jeder ging Pisse, die gemacht hat. Aber ich sitze dann da mit meinem Popcorn und meiner Cola und hab das schon so, das Popcorn schon so vor die Brust geklemmt und hab so die Cola in der Hand, die auch das Popcorn klemmt und bin so am Essen und dann alle Klatschen so. Nur auf den Handballen schlagen, weil ich hab nichts anderes mehr. Das find ich so ein bisschen blöder. Nee, deswegen, ich hab auch, also wenn dann, wenn halt die Vorführung von den jeweiligen vorbei war, geklatscht oder wenn da zwischendurch irgendwas wirklich Krasses passiert ist, dann hab ich geklatscht. Aber bei so wirklich Kleinigkeiten in Anführungsstrichen hab ich dann gesagt, nee, komm, ey. Nee, da muss ich auch sagen. Also, wie gesagt, da fand ich Popcorn jetzt nicht so praktisch, weil wenn du die Hände frei brauchst für irgendwas, ist halt dumm. Ja, im Kino klatschen ist halt in Deutschland nicht so gern gesehen. Nö. Wenn du dir auch mal so Vorstellungen aus Amerika, gerade so von den Marvel-Sachen anguckst, Alter, die Leute gehen ja im Kino richtig ab. Ehrlich? Ja, musst du dir aber irgendwie, es gibt einfach ganze Reaction-Dinger, wo du halt, keine Ahnung, einen ganzen Film durch und wie halt dann die Audience-Reaction, Alter, da kommt, keine Ahnung, bei Avengers Endgame kommt einfach irgendein Nebencharakter rein und die Leute, Leute, rast den komplett aus. Ich wissen aber schon, dass die Schauspieler nicht da sind, oder? Nicht immer. Okay, jetzt, ähm, ein bisschen komplexere Flaggen. Stehst du zu einem sozialen Jahr? Also sowas wie Zivildienst? Ach so, so mein Schuss. Ja, also sozusagen ein gezwungenes soziales Jahr, dass man halt irgendwas... Ja. Hatten wir das, ey, komm, mir grad mehr über, hatten wir sowas schon mal? Kann sein. Also ich bin komplett dafür. Ich fand's so komplett eine dumme Entscheidung, quasi den Wehrdienst abzuschaffen. Ich bin halt dafür, dass es halt komplett andersrum wäre, ne? Genau so, dass es halt auch nicht neun Monate, ein ganzes Jahr. Was soll man mit neun Monaten? Also das ist ja kompletter Blödsinn. Deswegen schön, ein Jahr, du musst sozial arbeiten in Deutschland. Ja. Und wenn du es nicht willst, kannst du verweigern, kannst du zum Bund gehen. Du musst auch keine, du musst auch nicht in riesige Begründung, du musst einfach nur sagen, nö, hab ich keinen Bock drauf. Ja. Und dann gehst du zum Bund. So, ja. Aber ich fand das auch damals beim Bund dumm. Wieso muss ich denn mir sonst was aus den Fingern saugen, dass ich Pazifist bin, weil mein Großvater das und das erlebt hat? Sorry. Ist es so schwierig? Nee, Digga, ich hab da keinen Bock drauf. Ja. Wo bin ich denn? Ich meine, die Leute, die dann halt bei der Musterung, die merken das ja auch. Es ist ja eben nicht so, als wenn da irgendwie Vollidioten sitzen und dann sagst du, jetzt einfach sagen könntest du, Alter, ich hab halt einfach keinen Bock auf die Scheiße. Ja, deswegen, das verstehe ich nicht. Ja, aber umgekehrt finde ich es wirklich gut, ja. Ja, und ich finde vielleicht, also halt direkt nach der Schule würde ich es halt machen und jetzt noch nicht mal so gezwungenmäßig, sondern eher, dass du Vorteile daraus ziehst. Ich würde halt zum Beispiel, wenn du jetzt direkt von der Schule eine Ausbildung machen würdest, würde ich sagen, okay, das ist vollkommen fein. Aber wenn du jetzt nach der Schule, sag ich mal, ein Studium anfangen willst, würde ich sagen, ja, das kannst du machen, aber mach vorher ein soziales Ja. Ja, ich meine, du könntest ja die Leute automatisch mit 16 anschreiben. Ja. Und das Schöne ist, du kannst dann auch ganz normal Männlein, Weiblein alle reinholen. Ja. Und wenn die dann einen Ausbildungsbescheid vorlegen können, also dass sie einen Ausbildungsplatz hätten nach der Schule, gut, musst du nicht machen. Wenn du es nicht hast, ja jetzt. Ja, weil, ist ja gerade, Fachkräftemangel ist halt immer ein Thema. Ja. Und deswegen ist es halt, wenn du eine Ausbildung machst, alles cool. Oder, dass du es halt so machst, dass du vielleicht sogar, ja, es ist auch wieder ein bisschen blöd, aber vielleicht der Ansatz, dass du es halt vom Notenabschnitt irgendwie abhängig machst, ob du studieren darfst. Es gibt ja schon diesen Numerus Klausus, dass du halt für gewisse Fächer halt einen gewissen Notendurchschnitt brauchst, aber der ist halt, sagen wir mal, ich meine, ich glaube für Bio brauchte ich jetzt drei irgendwas. Das ist jetzt nicht so schwierig. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, kommst jetzt aus der Schule, willst studieren, hast aber Notendurchschnitt unter zwei, dann müsstest du ein soziales Jahr machen. Wie war denn das eigentlich damals mit der Wehrpflicht? Also, wenn du da eine Ausbildung gehabt hättest, hättest du dann trotzdem da hingemusst? Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Oder war das nach der Ausbildung? Weil ich hab ja meine Wehrpflicht nach der Ausbildung gemacht. Weil normalerweise gehst du ja, sag ich jetzt mal, Durchschnitt so mit 16, 17 von der Schule ab. Ja. Dann halt so Bundeswehr, ich glaube, ja als Minderjähriger, weiß gar nicht, ob das ging. Da muss es halt schon volljährig sein. Das weiß ich gar nicht mehr. Deswegen war das, glaube ich, nach der Ausbildung. Also bei uns waren halt wirklich alle nach der Ausbildung, weil ich war ja dann als Bäcker da und kam halt sozusagen in diese Kochausbildung rein, nochmal bei der Bundeswehr. Du musst halt schon irgendwas gelernt haben. Bei den meisten. Ja, ich weiß, dass es bei mir halt komplett nach der Schule war. Also nachdem ich das Facharbit dann fertig hatte, da hab ich das dann gemacht. Da war ich auch so 18 oder so. Das kommt halt mal drauf an. Also, wenn du halt eine Ausbildung direkt anfängst, dann machst du dir das mal zu Ende und gehst dann zum Bund. Ist ja irgendwie auch dumm. Ja, aber bei der Bundeswehr, da gibt es ja auch Berufsfelder. Da wird halt auch aussortiert, wo du halt hinkommst beim Bund. Wie gesagt, bei uns, wir kamen in eine Küche. Gibt es beim Bund Maler? Ja. Na gut. Bei uns auf dem Schiff hatten wir viele Maler. Da hab ich kein weiteres Argument dagegen. Das Schiff musste halt die ganze Zeit gestrichen werden, deswegen. Aber ich muss sagen, ich fände es gut. Weil es gibt, so wie du schon sagst, es gibt so viel Fachkräftemangel. Und es würde einfach, also dem Sozialsystem würde es halt so viel bringen. Ja, und halt, glaub ich, auch den Leuten halt selber, ne? Erstmal so gucken, wie das echte Leben so ist. Ja. Also, ich weiß ja nicht, es gibt sicherlich Leute, die komplett den Plan haben, von vorne bis hinten Schule, dann dies, dann das. Aber ich hatte gar keinen Plan. Aber das meine ich ja damit. Und das war so gut für mich. Ja, aber das meine ich ja damit. Das ist halt, wenn du halt wirklich Bock hast, nach der Schule ein Studium zu machen, das kannst du dann gerne machen, aber setz dich halt auf den Arsch, doof gesagt, um halt ohne Soziales Jahr das Studium zu starten. Wenn du trotzdem Bock hast und du hast halt keinen Notendurchschnitt von das und das, dann musst du halt erst mal ein Soziales Jahr machen und danach darfst du dann ins Studium. Ja, fände ich okay, denke ich. So als Ansatz. Da kann man dann natürlich noch variieren, aber... Und halt, wenn du keine Ausbildung nach der Schule hast. Ja, ja, genau. Dass du halt nicht einfach nur ein Jahr zu Hause rumdödelst, so wie unser Podcast. Ja, das faule Schwein. Sondern dann halt auch wirklich dich produktiv in der Gesellschaft irgendwie einbindest. Ich fände das schon okay. Ja, und es kann ja auch vergütet sein, ne? Ich glaube, siehens hast du doch sowieso. War das nicht irgendwie wie ein Praktikum oder sowas? Hast du da Geld gekriegt? Ja, da hast du, ich glaube, 700 Euro oder sowas. Okay, ja gut. Also je nachdem, also du kriegst halt, ich glaube, Miete kriegst du halt und Geld. Ist aber schon krass. 700 Euro ist nicht wenig. Vor allem bist du ja dann noch irgendwie meistens noch über die Eltern irgendwie krankenversichert oder halt noch sehr niedrig. Deswegen, also da hast du, du hast da echt, fürs erste Geld ist das voll geil. Ja, auf jeden Fall. Wenn du danach eine Ausbildung anfängst, gehst du ja meistens schlechter. Ja, okay. Gut, aber wir sind beide für ein soziales Jahr. Aber ich glaube, das Thema hatten wir schon. Es kann gut sein, es kann gut sein. Das ist mir sehr bekannt vor. Ne, ich habe da nur vorhin irgendwie ein Video gesehen. Ich glaube, diesen Unbubble, wo halt diese drei Leute pro und kontra Argumente geben und dann muss er auf sich zugehen. Sagt mir nichts. Das war halt so dieses soziale Jahr. Dann waren da drei Leute dafür, drei dagegen. Und das war halt dann, alle stehen auf so einem neunteiligen Feld. Also so dreimal drei. Und immer, wenn dir gegenüber was gesagt hat, wo der andere auch zustimmt, geht der andere halt ein Stück vor. Und irgendwann treffen die sich sozusagen in der Mitte und in der Mitte ist dann sozusagen der Kompromiss. Ah, okay. Da war auch dieses Video, was du vielleicht gesehen hast, über Fettshaming, weil so ein Arzt auch dabei war. Oder dieses Body Positivity. Ne, keine Ahnung. Ziemlich großes Thema. Okay. Musst du immer schicken. Das ist ein anderes Thema, ja. Marco? Mhm? Hast du Dinge, die du schon länger vor dir herschiebst, wo du dir sagst, 2023 mache ich das endlich? Eigentlich nicht, ne. Das ist irgendwie, wenn ich was unbedingt machen will, dann mache ich das. Und wenn ich es machen muss, dann muss ich es halt machen. Also ich hätte jetzt auch eigentlich nichts. Ja, aber jetzt ein Spezielles. Das war eine sehr spontane Frage. Ne. Ich hätte halt... Ich würde jetzt gerade vielleicht irgendwie bei Steuern oder so. Aber... Okay, cool. Das ist ein unangenehmes Thema. Lass mal was anderes sagen. Ja, ja, nee, deswegen. Ich würde halt echt gerne dieses Jahr mit dir wandern gehen. Ich habe auch schon mal geguckt, wie ein Hexen stieg, ne? Und? Ja, ich bin halt so ein bisschen hin und her gerissen, ne? Ich hätte halt gerne so eine richtig, richtig asozial-reutige Experience, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also am liebsten wäre mir halt wirklich, dass wir irgendwie mit Gaskocher und Zelt da unterwegs sind. Also Wildcampen. Ja, aber das ist halt schwierig so. Ich weiß ja nicht, ob es illegal ist, ne? Ne, ich glaube nicht. Deswegen. Also es gibt halt Touren, die du halt mieten kannst, wo du dann halt Gepäck hast. Und das wird dann halt von Unterkunft zu Unterkunft gefahren. Und du kannst in der Zeit halt wandern. Aber das ist auch schon gut. Ich hätte halt auch schon mehr Bock auf diese wirkliche Experience halt. Also halt wirklich komplett autark irgendwo. Einfach losstiefeln und gucken, was passiert. Ja, genau. Gucken, weil man wo ankommt, wo man bleibt einfach. Genau, ja. Das fände ich auch schon viel geiler eigentlich. Aber ich glaube, das ist schwierig. Das ist in Deutschland ja allgemein schwierig, leider. Naja. Ne, okay. Also wir haben nichts groß, was wir uns vor uns herschieben und jetzt endlich umsetzen wollen. Ne, nicht so wirklich vormäglich herschieben. Ne. Wobei für mich war es, der Tisch war schon so ein Ding. Ich wollte schon lange so einen höhenverstellbaren Tisch haben. Ja, aber das ist ja, ich finde so vormäglich herschieben, dass da dann eher so was Unangenehm ist, was du halt machen musst. Und schiebst es halt so lange vor dich her, bist du es halt irgendwie gezwungen bist, das zu tun. Marco, Marco, der ganze Tisch kostet knapp 500 Euro. Natürlich schiebe ich es lang vor mir her, ey. Ja, okay. Super unangenehm, so viel Geld auszugeben. Wo wir beide unser Top 3. Oh ja. Wo nämlich irgendwann nichts mehr unangenehm ist, Geld auszugeben. Alter, was ein Übergang. Die Top 3 sind dieses Mal Dinge, die wir in Anführungsstrichen kaufen würden, wenn wir spontan unfassbar reich wären. Ja. Meine Damen und Herren. Die Top 3. Soll ich anfangen oder willst du? Ne, fang du mal an. Also, ich glaube, das Erste, es ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Also, es geht jetzt wirklich so um Sachen, die ich mir, glaube ich, spontan kaufen würde. Ja. Ich glaube, wenn du erstmal irgendwie ein Jahr lang unfassbar reich bist, hat sich alles verändert. I guess. Weiß ich nicht genau. Das Erste, was ich machen würde, wäre quasi das perfekte Streaming- und Podcast-Setup mir zuzulegen. Ich würde mir extra noch jemanden kommen lassen, der mir hier auch audio-technisch alles perfekt einstellt. Dass es alles so 100% crisp läuft. Mhm. Ja, und ich nirgends, wo mir auch nur einen Hauch von Problemen habe. Mhm, ja. Aber das wäre so das Erste, wo ich dick Geld rechnen würde. Da gibt es auch mega viel, ne? Da könntest du halt noch einen Cutter einstellen, der dir irgendwie die Arbeit da noch abnimmt, vielleicht für halt YouTube-Videos. Oder vielleicht YouTube-Videos. Da kommen wir später vielleicht noch zu. Äh, 20 Euro die Stunde. Ich brauch Programm. Ich würde 20 Euro die Stunde erstmal kriegen. Haben wir beide was? Na, okay. Ja, nee, kann ich gar nicht gut nachvollziehen, ja. Aber ich finde es auch schön, wie bescheiden du bleibst, dass du einfach sagst, ja, der würde dann hierher kommen, dass du halt auch in der Wohnung bleibst, einfach. Finde ich gut. Ja, also je nachdem, wo ich bin, kommt der dann hin und stellt mir das ein. Mein Marmorschloss. Ja. Ist halt leider die beste Akustik. Garantiert Marmor. Ich denke auch so, dass du mit glatteste, was du dir ausdenken kannst, hat bestimmt die beste Akustik. Auf jeden Fall, da schallt gar nichts. Marmor nimmt ja Schall auf, behält den so ein paar Jahre und dann irgendwann kommt der so langsam wieder raus. Ja, ist auch, wenn wir Marmor abbauen. Du schlägst ihn so aus dem Stein auf den Augen. Ja, das ist ein bisschen langsamer. Das ist, als wenn das so eine Zeitlupe ist. Oh Gott, das wäre noch unangenehmer. Mhm. Wild. Marco, was würdest du, wofür würdest du Geld ausgeben direkt? Ich bleib erstmal kurz ein bisschen bescheiden. Ich würde mir einfach mal richtig gute Wanderschuhe holen. Das ist schon sehr, sehr bescheiden, das stimmt. Ja, aber so wirklich so richtig gute Wanderschuhe, weil bis jetzt sind alle, die ich mir gekauft habe, irgendwie scheiße. Ja, das stimmt. Also, die ich mir jetzt geholt habe von Sketcher, die sind ficken bequem, die ersten zehn Minuten. Und dann tun mir beide kleinen Zehen weh. Normalerweise, glaube ich, mir Blasen an der Hacken. Das ist ein kleiner Callback, glaube ich, zur ersten Folge. Ja. Ja, ich habe halt selten Schuhe, die mir so richtig gut passen. Und wenn, dann sind es nur so Halbschuhe. Aber ich brauche jetzt nur so richtig geile Wanderstiefel. Das stimmt. Aber ich habe dir ja schon gesagt, immer eine Nummer größer kaufen. Ja, werde ich jetzt beim nächsten Mal machen. Wenn du richtig reich bist, dann denk an mich, kauf eine Nummer größer. Mach ich. Ja. Ja, ich habe auf der 2, wo wir eben schon so ein bisschen hingegangen sind, Personal einschalten. Mhm. Okay. Das ist halt jetzt so ein bisschen, deswegen auch das Kaufen ein bisschen in Anführungsstrichen, weil, also ich habe nicht vor, die Leute zu kaufen. Ich möchte die halt eigentlich so schon in regelmäßigen Abständen bezahlen. Ja. Und da, und da denke ich halt wirklich an alles Mögliche, ne? Also, ich glaube auch wirklich, ich würde mir einfach, ich würde einfach Cutter bezahlen. Mhm. Und auch, auch Leute, die Thumbnails machen, falls sie das nicht mitmachen, weiß man ja immer nicht. Ja. Ey, da würde alles, was ich produziere, würde überall auf YouTube kommen. Auf fünf verschiedenen Kanälen würde es einfach hochgeladen, die ganze Zeit. Ja. Komplett scheißegal. Ja. Ich hätte aber auch noch eine Reinigungskraft, brauche ich auf jeden Fall dann auch noch. Mhm. Weil ich war doch nicht mehr selber sauber dann. Ja, und die ganzen Schnipsel auch, ne, vom Schneiden. Vom Cutter, ja, stimmt. Ja. Ähm, und irgendwie so, so, so einen Assistenten, die sich einfach so um Sachen kümmert. Ich sage dann von wegen so, Frank, ich brauche einen Termin bei dem Arzt zum Beispiel. Und dann macht Frank für mich den Termin und guckt halt, wie meine anderen Termine sind und ob das passt so. Das finde ich schon geil. Ja, da ist er eigentlich einfach nur ein Assistent. Ja, wo ich mich um nichts mehr kümmern muss. Bürokraft, Sekretär. Quasi, ja. Das, 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 das fände ich schon geil. Also Angestellte wäre schon nice. Das ist schon, ja, schaffst du auch Arbeitsplätze. Das ist doch super. Ja, aber maximal Mindestlohn. Boah, das ist aber so. Maximal Mindestlohn. Das ist doch ein schöner Satz. Ich will ja auch unfassbar reich bleiben, ne. Das muss man auch mal bedenken. Ja, das ist doch teuer. Also meine zwei, alles für einen Garten. Was denn so? Ja, zum Beispiel Hochbeete, Werkzeug. Also alles, was man halt für Gartenarbeit braucht. Ich will die trotzdem selber weitermachen. Aber ich will halt irgendwie nicht mehr darauf achten müssen, ja, was halt was kostet. Einfach so, ich will das jetzt, das haben und dann, zack. Vielleicht da auch Angestellte, aber halt für so Scheißarbeiten. Erde umgraben oder sowas. Ja, so, ja, so, 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 Stuff für einen Garten. Ja, ich meine, zur Not kann Frank auch bei dir vorbeikommen, kann das noch machen. Ja, natürlich, klar. Ich würde ihm ja auch was geben. Wenn man so einen Fünfer zustecken in seinen kleinen Blaumann, den er dann nur trägt, nur den Blaumann. Ja. Und dann haben wir den Spruch, gib auch nicht alles auf einmal aus. Ich kaufe dir ein leckeres Eis davon. Aber es ist nicht alleine. Ja. Ich glaube, wir sollten keine Leute einstellen. Ich habe das Gefühl, wir sind da nicht so prädestiniert für. Ja, aber das weiß man ja auch erst, wenn man es mal ausprobiert hat. Vielleicht sollten wir für sowas auch noch extra Leute einstellen. Leute einstellen. So eine Personalabteilung. Meine Top, also mein Platz 1. Auch das ist eben schon so ein kleines bisschen gefallen. Ich würde ein Haus kaufen. Muss nichts, muss nichts Gewaltiges sein. Also ich möchte mich nicht im Haus verlaufen oder so. Na, aber schon so genug Platz, genug Zimmer, dass man halt alles gut unterkriegt. Die Größe, wo ich jetzt wohne, so die Größe oder kleiner? Das ist schon groß. Das ist schon groß, ja. Ja, aber warum nicht? Personal wieder gut, ne? Die brauchen ja auch einen Raum quasi. Ja. Ja, und halt auch so einen Haushalt sauber halten. Das ist Arbeit. Viel Arbeit. Wobei mein Personal soll halt schon hauptsächlich Homeoffice arbeiten. Ja, passt ja dann. Also ich möchte die nicht bei mir sehen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, gut, aber so eine Reinigungskraft im Homeoffice ist halt auch doof. Die könnte höchstens seinen Rechner irgendwie aufräumen von außerhalb. Oder sich um deine Clouds kümmern. Ich kann ja bei sich sauber machen in der Zeit. Würde ich hier sauber? Ja. Sehr gut. Schön, schick mir mal ein Foto. Ja, das ist sauber. Ich überweise dir deinen Lohn. Ich wünsch dir gern, meine Küche würde auch so aus. Muss ich noch eine Reinigungskraft einstellen. Scheiße. Die stellt deine Reinigungskraft ein. Für das Geld, das ich hier zahle, kann die nichts einstellen. Maximal Mindestlohn. Gibt es dann auch minimal, maximal Lohn? Nee, das ist ja dann ... Andersrum geht es gar nicht. Nee. Hm. Vielleicht sollten wir das mal für das selbe politisch tätig werden. Und einen Maximallohn einführen. Schon wieder Reichensteuer und so. Ja, aber das wäre doch noch ... Ja, aber dann hat eine Firma irgendwann halt auch so viel Geld und weiß nicht mehr wohin damit. Das stimmt. Aber vielleicht tun sie dann was Sinnvolles damit. Ja. Ja, da habe ich halt auch die ganze Zeit drüber überlegt. Ich wollte jetzt schon wieder, nee, irgendwie ... So honorable mentions, wenn jetzt zum Beispiel ... Ich hätte mir halt einfach so einen Riesen-Urwald gekauft. Habe ich auch drüber nachher so einen Wald oder so. Kannst du auch einen deutschen Wald kaufen. Ja, einfach in Ruhe lassen. Ja. Ich würde halt alles an den Wald kaufen, was geht, wenn ich unfassbar reich wäre. Aber dann wäre es wieder ... Nö. Okay, meine Hand. Ja, ich hätte halt für meine Mutter halt ein Haus gekauft. Und dann hättest du es halt wieder erst mal ... Ja, ja. Aber diesmal ging es halt wirklich um Sachen für mich. Genau, genau. Wirklich für einen selbst. Ja. Und da habe ich auf der 1 unglaublich viel Lego. Schrägstrich Klemmbausteine, weil ich will diesem Scheißverein Lego nicht in den Drachen werfen. Das habe ich nicht verdient. Aber dann ist doch egal. Du hast so viel Geld. Du kannst ja auch richtiges Lego kaufen. Ja, aber die sind doch qualitativ nicht gut. Ah ja. Da gibt es halt Qualitätsunterschiede, die so viel krasser sind. Wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Blue Bricks. Wo du die Hälfte bezahlst, aber dafür so viel Stuff kriegst und er einfach besser aussieht. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall okay, finde ich. Wenn du sagst von wegen so, nee, ich möchte halt einfach das, was am geilsten aussieht. Ja. Klar, Lego hat halt die ganzen krassen Lizenzen, so wie Star Wars und so. Aber wenn es alles andere drumherum, würde ich halt niemals irgendwie von Lego mehr kaufen. Ist ja okay. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass Lego halt auch einen speziellen Style einfach hat. Ja, aber auch das auch nur bei den Figuren. Du bist immer der Meinung, Lego sieht einfach nur allgemein scheiße aus. Ich bin der Meinung, das ist ein spezieller Stil. Dass du halt egal, was du von Lego hast, du siehst immer, dass es Lego ist. Und das glaube ich, dass es auch. Ja, genau. Aber ich glaube, dass das auch gewollt ist. Okay. Ja, weiß ich nicht. Ob das jetzt so ein guter Ansatz ist für Lego? Ja, weiß ich nicht. Doch, ich denke schon. Du erkennst Lego halt immer. Wenn du irgendwas von Lego hast, du weißt, das ist Lego. Ja. Ja. Aber wenn ich jetzt was Besseres haben könnte, ist qualitativ einfach besser. Marco, du hast so viel Geld. Du kannst machen, was du möchtest. Ich will ja nicht reinquatschen. Das ist okay für mich. Nein, ist ja auch okay. Nee, aber so Lizenzsachen würde ich mir trotzdem von Lego holen, weil es halt nichts anderes gibt. Mhm. Aber alles drumherum würde ich vielleicht nicht Lego in Brachen werfen. Kann ich verstehen. Ich kann auch den kompletten Punkt verstehen. Kann aber nicht mitgehen, weil ich habe noch Lego-Sets hier rumstehen, die ich nicht aufgebaut habe. Ja, okay. Alter. Neidert dich gerade so ein bisschen. Ich habe da immer Bock drauf. Ich kaufe die dann, weil ich mir denke, voll geil und irgendwie runtergesetzt oder so. Voll nice. Ja, und dann stehen die halt drei, vier, fünf Jahre rum. Alter, das könnte bei mir nicht passieren. Also ich habe noch BB-8 im Originalkarton. Okay, gut. Das könnte vielleicht passieren, weil ich BB-8 jetzt auch nicht so gut fühle. Aber das ist schon cool aus Lego, finde ich. Ja, ja, schon. Aber allein das Bauen, das macht mir halt so viel Spaß, dass ich da, ich kann da nicht warten. Ich habe da nicht die Ruhe irgendwie aktuell für. So mich einfach hinzusetzen, das so zu machen. Ich hoffe vielleicht irgendwann. So ein bisschen wie Puzzeln für, für. Coole. Wie jung schreibt man das? Für jung gebliebene Männer? Hat das so viel mit Geschlecht zu tun? Nein. Mit jung gebliebenen Erwachsenen? Ja, ja. Ja, vielleicht. Ja. Ich hoffe, man weiß, wo ich hingehen will. Ja, das ist schon. Das ist schon ein bisschen wie Puzzeln, finde ich. Mit einer Anleitung, halt. Eigentlich ist es halt ein 3D-Puzzle. Eigentlich ist es wie Puzzeln für dumm, ja. Ja, gut, aber probieren wir mal irgendein Set ohne Anleitung zu bauen. Ja, okay, nice. Haben wir es. Schatten Top 3, ja. Was hatte ich noch? Ah, es gibt eine neue Scammer-Geschichte. Oh nein. Ja, aber diesmal nicht von mir, sondern von Manu. Oh. Die wurde jetzt angeschrieben und unterhält sich zurzeit mit allem über WhatsApp. Und? Ja. Wie läuft es bisher? Das ist, äh, ich weiß nicht, ob der letzte Stand, also der, der gibt sich halt überhaupt keine Mühe. Also da ist so, so rechtschreibmäßig und halt sinnmäßig auch total wild. Also da kommt auch zwischendurch, ja, können Sie mir dann Geld ihr überweisen? Mama, Papa, Strich, also es, also da musst du halt wirklich komplett hohl sein, um da nicht zu checken, dass es ein Scammer ist. Bei mir hat er sich ja wirklich noch Mühe gegeben, teilweise. Aber das ist halt wirklich saudumm. Na ja, also sie verarscht ihn halt auch die ganze Zeit. Am Anfang hat er sie halt angeschrieben mit Heilo, Papa, hat sie halt darauf geantwortet und irgendwann hat sie dann geschrieben, ja, ich geb das Handy jetzt mal Mama. Und dann hat sie halt als Mama weitergeschrieben und er hat dann trotzdem irgendwie mit Papa weitergemacht. Das ist ja, komm, Alter, gib dir doch wenigstens ein bisschen Mühe. Meinst du, es könnte funktionieren, wenn man einfach mal versucht, den Spieß umzudrehen? Also das sind ja richtige Nummern, ne? Ja, ja, klar. Wie wäre es denn, wenn du mir die Nummer mal gibst und ich schreibe dem einfach mal? Habe ich auch schon überlegt, wenn ich dem jetzt schreibe. So, dann frage ich einfach mal, ob der mir ein bisschen Geld überweisen kann. Würde bestimmt gut funktionieren. So, Sonne Mann, hier ist Papa. Papa, ich bin noch in Thailand unterwegs gewesen und irgendjemand hat hier meinen Ausweis abgerippt und ich komme hier nicht weg. Du müsstest mir noch mal 1700 Euro überweisen. Das wäre so lustig, wenn das klappen würde. Es wäre immer so, oh nein, mein Papa. Du überweist instant das Geld. Noch witziger wäre es, wenn die einen dann anzeigen würden. Oh, Alter, das wäre super. Na, wäre ich noch nicht mad irgendwie. Vielleicht doch ein bisschen zu gefährlich. Ja, jetzt aber, ohne jetzt irgendwie vorurteilbehaftet zu klingen, ich glaube, wenn du den auf Deutsch anschreibst, wird da nicht viel bei rumkommen. Dann wird er wahrscheinlich nicht checken. Also, er würde schon schnell checken, dass es nicht sein echter Vater ist. Okay, du müsstest also Sprachen ausprobieren. Ja. Hm. Das ist zu kompliziert, glaube ich. Deswegen. Ja, aber ich finde es halt einfach witzig, dass es jetzt bei ihr auch anfängt. Das ist echt krass. Was meinen jetzt, glaube ich, wo in den Nachrichten kam es, dass halt viele Nummern irgendwie, keine Ahnung, ob die geleakt wurden, aber an sich denke ich mir halt einfach, eine Handynummer ist doch an sich immer gleich lang, oder? Ja, ungefähr. Ja, dann nimmst du halt einfach deine Vorwahl, 0, 1, bla, bla und haust halt einfach eine, keine Ahnung, zufällige Zahl hintendran. Ja, die Chancen sind schon gut, dass du jemanden triffst. Und schreibst halt die ganze Zeit raus. Ja, das stimmt. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwelche Nummern geleakt wurden. Da gibt es wahrscheinlich sogar Programme, die du einfach schreiben kannst. Ich glaube, man meldet sich halt überall an und gibt überall seine Hinweise noch dazu. Das kann schon passieren, dass die da irgendwie auch, ich glaube, du kannst auch sowas, so Daten kaufen einfach. Das hört man ja auch häufig dazu, Firmen Daten verkaufen einfach. Ja, aber ich finde es jetzt halt nicht so schlimm, so, oh Gott, meine Nummer ist jetzt im Internet. Alter, ich glaube halt nicht. Also es gibt schlimmere Sachen, die im Internet sein könnten. Ja, die auch im Internet sind. Nee, weiß ich nicht. Würde ich mich jetzt auch nicht so verrückt machen. Kann man ja einfach blocken und dann ist gut. Nee, warte mal noch irgendwas. Oh ja, eins habe ich sogar noch. Ich habe letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ich habe letztes Jahr zu Weihnachten oder vorletztes Jahr zu Weihnachten, so einen Kalender mit Samen, das klingt schon wieder komisch, von meinem Vater, mit so Pflanzensamen gekriegt und da waren halt, glaube ich, ich glaube, die waren da drin, waren auch Chilis. Und da habe ich halt ein paar angepflanzt und die sind halt irgendwie die ganze Zeit nicht wirklich was geworden. Die sind zwar gewachsen, aber sind halt unglaublich klein gewesen. Ich glaube, ich hatte so vier, fünf Stück und die sind auch nach und nach dann gestorben und meine Mutter und meine Schwester hatten die auch und die sind da richtig buschig, also die sind da riesig geworden, haben auch ordentlich was abgeworfen an Chilis, wirklich. Ja. Und jetzt, eine habe ich noch und die ist wirklich noch sehr, sehr klein, obwohl die jetzt schon über ein Jahr alt ist, aber die hat jetzt eine kleine Chili gekriegt. Oh, cool. Da hängt jetzt so eine kleine Chili dran. Das ist voll geil. Das finde ich schon nice, aber ich weiß nicht, was kann man denn da machen, damit die besser wächst, umtopfen oder so? Ja, habe ich auch schon probiert. Ich weiß nicht, ob es irgendwie, wahrscheinlich liegt es irgendwie am Standort, zu wenig Sonne gekriegt vielleicht oder die falsche Erde. Es kann halt so viele Faktoren irgendwie haben, dass sie halt, es kann doch einfach sein, dass halt die Pflanze halt an sich scheiße ist. Auch möglich, ja. Aber stimmt schon, Erde macht auch echt viel aus. Das ist krasser, als man immer so denkt als Laie. Ja, aber ich meine, irgendwo muss ja der Stuff herkommen, wo die Pflanze das halt umbaut. Und wenn halt nichts in der Erde ist, kann die auch nichts bauen. Ja, das stimmt. Was soll denn vor mit den Chilis? Einfach so zu würzen, wenn sie irgendwie mal da ist? Also ich werde, wenn die reif ist, mir dann auf jeden Fall erstmal die Samen daraus nehmen. Die dann für später. Geht das bei denen einfach? Ja, ja. Das habe ich fast bei allem. Ich habe jetzt auch zum Beispiel vom Basilikum, der hat ja auch mega geblüht, da habe ich jetzt Samen. Den mache ich dann einfach in so ein kleines Tütchen, schön dunkel und kühl halten. Und dann halten die sich ja ewig. Okay, weil ich habe ganz oft schon gehört, dass du bei vielen Sachen halt nicht die Samen aus der Frucht oder was auch immer einfach rausnehmen kannst und die wieder einpflanzen. Das ist teilweise so gemacht. Aber manchen geht es natürlich nicht. Aber ich glaube, gerade so bei Kräutern. Da geht es ohne Probleme, ja. Ja, ja. Ja, Dill-Samen habe ich auch. Hätte ich nicht mal gewusst, dass das irgendwie so blüht oder so. Ich kann es dir ja einfach sagen, jede Pflanze blüht. Okay, krass. Hoffen wir, dass du schnell reich wirst mit den Hochbeeten dann, dass du da richtig ballern kannst, brauchst du auch eigentlich gar nicht mehr umgraben. Guck mal, du nimmst einen kompletten Garten, machst überall Hochbeete drauf. Wäre schon geil. Aber ich will ja auch so ein bisschen verwildern lassen. Also ein Teil wäre dann nur Hochbeete, der andere Teil wäre dann... Oh, was hältst du denn vom Teich dazwischen noch? Ah ja, nee, bin ich nicht so fan von. Nicht so ein Naturteich einfach. Ja, Naturteich ist halt auch schwierig. Irgendwie muss das Wasser halt drin bleiben und so eine Plastikplane. Gibt es doch bestimmt auch irgendwelche schöneren Alternativen mittlerweile. Kann sein. So Teer oder so. Einfach ausbetonieren. Ja, ich meine, ist schon schön, aber weiß ich nicht, nimmst halt auch wieder viel Platz weg und verdichtest halt auch den Boden dadurch da drunter. Das ist halt auch nicht so gut. Schade. Ja, sorry. Sah in meinem Kopf echt schön aus, deswegen. Ich frage dir nochmal. Vielleicht kleinen Brunnen. Brunnen wäre geil. Brunnen? Ja, Brunnen wäre... Ja, ich glaube, Brunnen würde ich mir machen. Haben wir sogar schon mal geguckt. Aber so ein Brunnen, das ist gar nicht so schwierig. Also jetzt so einen richtigen, weißt du, wo, mal mit so einem Eimer und so, oder? Nee, nein. Oder so wie so eine Pumpe. Ja, ja, so eine Pumpe. Die finde ich öde. Dann mach lieber das mit dem Eimer. Ja, okay, dann mach ich das mit dem Eimer. Aber pass auf, dass die reinfallen. Aber kannst du auch als Teich nehmen dann. Stimmt. Stimmt. Ein oder ein Molch könnte da drinnen landen. Ein Axel-Lotto. Gut, Marco, wollen wir langsam zum Schluss kommen? Ja, aber wir wollen noch Songs auf die Playlist machen. Ah, stimmt. Ja. Ja, ich habe sogar einen vorbereitet. Gut, dass du es hast. Super. Was machst du dieses Mal drauf? Ach so. Schade. Okay, dann sag nicht. Es bleibt ein Geheimnis. Ich packe drauf von Bring Me The Horizon mit Babymetal, Kingslayer. Oh, geil. Sehr, sehr geiler Song. Ich weiß nicht, soll ich da was zu sagen? Nee, na, eigentlich. Einfach mal anhören, wenn man Interesse dran hat. Es ist ein bisschen wilder. Ja. Gerade Babymetal macht das Ganze sehr, sehr speziell. Ja, das stimmt. Einfach toller Song. Macht einfach Spaß. Ja, ja. Und es ist halt mal wieder was richtig geil Hartes von Bring Me The Horizon. Das hat mich damals sehr abgeholt, als er rauskam. Weil davor war er ja immer so ein bisschen sehr poppig geworden. Ja, wobei mittlerweile haben die, finde ich, so ein richtig krasses ... Also, das harmoniert mittlerweile alles so richtig geil, finde ich. Ich habe lange nichts mehr von denen gehört, muss ich sagen. Also, die neuen Sachen kenne ich gar nicht. Oder wenig. Ja, okay. Vielleicht ... Gut, ich kenne natürlich auch mal nicht alles. Aber die Sachen, die ich gehört habe, dachte ich mir jedes Mal so, boah, krass. Also, die haben schon so eine sehr, sehr elegante Mischung aus Metal und Pop geschaffen. Ja, stimmt. Ja, doch, doch, stimmt. Auch sowas wie ... Ah, fuck. Parasite. Ja. Ja, doch, doch, stimmt. Nur das Album davor. Wie ist das? Wie die Alben heißen, weiß ich gar nicht. Das fand ich halt ... Das war mir halt krass zu poppig. Aber was so danach kam, diese Mischung, das war schon geil. Das stimmt. Ähm, ich mache noch, noch wilder. Äh, von Hirsch-Effekt, Agnosi. Ach, du meine Güte, okay. Ja, Hirsch-Effekt ist wirklich sehr, sehr ... Ja, sehr speziell. Es kann ein bisschen dieses Playlist sprengen, aber ist mir egal. Ähm, auch eine deutsche Metalcore, Mathcore-Band. Ja, muss man mögen. Aber ist mir egal. Ich mache die rein. Da. Ich bin gespannt. Also, ich weiß nicht, wie deren Lieder heißen. Ich habe mir ein paar angehört, weil wir die auch schon ein paar Mal auf Festivals gesehen haben. Ja. Gucken. Also, ich lasse mich selber mit überraschen. Gibt's schon. Okili, der Okili, meine Lieben. Wir kommen zum Ende. Ich bedanke mich vielmals für die Aufmerksamkeit. Lasst gerne noch mal Bewertungen für den Podcast da, auch auf YouTube, falls ihr das Ganze guckt oder hört. Lasst auch da gerne noch mal ein Like, vielleicht ein Kommentar, vielleicht fällt euch irgendwas ein. Irgendwo noch mal den Senf dazugeben zu dem Dönekens, den wir erzählt haben. Gibt bestimmt das eine oder andere. Ich wünsche euch zwei wunderschöne Wochen. Wir hören uns am... Heute ist der 15., wir hören uns am 29. wieder. Hä, heute ist der 13., stimmt doch gar nicht. Marco, die Folge kommt Sonntag. Ach so, scheiß. Leute, bis zum 29. Ja, von mir auch. Leute, macht's gut. Jan hat alles gesagt. Euch lieb. Tschüss. Hier ist der 15. Wie geht es? Ja, das ist es. Wie geht es? Vielen Dank.